Hey Leute, herzlich willkommen im Workout. Heute gibt es noch ein kleines Sabada von mir, den Sabada habt ihr schon sicherlich sehr auf uns in Probes gehört. Wir machen 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Wir machen 8 Runden und davon 2 Durchschnitt. Einfach mitmachen, die sind ganz simpel. Wir fangen an, auf einer Stelle zu rennen. Geht gleich los. Einfach mitmachen. Hier, drei, zwei, eins, und los. Jetzt Liegeschütze. Guckt, dass der Brustkörper auf den Boden kommt. Hier, drei, zwei, eins, und los. Oh nein, ja. Round 2. Hauze. Nächstes, Jumlin Jacks, Hummelbanner. Drei, zwei, eins, auf geht's. Vollgas. Hauze. Nächstes Übung. Kiebeuge mit Springen. Auf geht's. Auf geht's. Vollgas. Hauze. Nächstes, unterhalb Liegeschütze. Hauze. In die Lüge ist das Schritt drücken. Bereit machen. Aus den Schultern. Hauze. Nächstes Skipping. Schön leicht. Aus den Schultern raus schnappen. 3, 2, 1, und los. Jawohl. Vollgas. Sehr schön. Aus. Sittübung. In die Keyboard gerunter und Position halten. 3, 2, 1, und los. Halten. Und Pause. Letzs Sittübung. Meine Manaliten-Sittübungen sind Burpees. 3, 2, 1, go. Ablegen. Jetzt ist der Rechtsprung. 3, 2, 1, go. Letzte Runde. Wir füllen. Kommen wir nun vorne an. Machst du stille Rennen. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Auf geht's. 3, 2, 1, go. Pause. Liegestütze. 3, 2, 1, go. Und los. 3, 2, 1, go. 1, go. 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Auf geht's. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Auf geht's. Vollgas. 3, 2, 1, go. Nächste Übung. Wenn ihr unter dem Liegestütz kommt und die Liegestütz kommt und die Liegestützung ausdrücken. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Komm schon dranbleiben. 3, 2, 1, go. Skippings. Aus der Schuhe erschlagen. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Round 3. Auf geht's. Auf geht's. 3, 2, 1, go. Pause. Pause. Vorletzte Übung. In die Kiebeuge kommen und Position halten. 3, 2, 1, go. Auf geht's. Auf geht's. Round 4. Halten, 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 halten. Tief runter. 3, 2, 1, go. Okay. Okay. Let's Übung. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Auf geht's. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Und hier, auf geht's. Bis zum nächsten Mal. 2, 1, go. 1, go.